Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem Cry of Fear. Let's play. Let's look from the other side immer noch. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. I can't open this door. They have blocked it. Von wo kamen gerade die Geräusche her? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was genau ich machen muss. Oder besser gesagt, was ich nicht machen soll. Deswegen müssen wir uns ein klein wenig umschauen. Und es ist ja so dunkel hier. Das ist ja so schön. Okay. Monster, bitte nicht kommen. Es ist zu dunkel. Ich habe Angst. Wo war das Handy? Hier. Okay. Irgendwas muss ich doch übersehen haben. Hm. Sieht mir aber nicht. Oh. Hier sind ja noch mehr Türen. Oh. Da dauert ein Batsch. Da dauert ein Batsch. Hm. Sonst Angst gehabt? Jo. Sieht ganz danach aus. Der Dauern Batsch. It's totally blocked up. Hä? Hä? Was muss ich denn bitte machen, Leute? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir nochmal hier rein. Mal schauen. Mal logil... Logima. Gehen wir mal nach oben. Ach Gott. Beschreck mich mal, du Couch. Hm. Musst du irgendwas mit hier unten zu tun haben. Vlog from the other side. Ah. Ups. Nein. Cancel. Ja, wem ich das Spiel da hin. Hier veräppeln, oder was? Ich habe da keine Ahnung, was ich machen muss. Spiel. Du musst mir schon ein bisschen nur sagen, Spiel, damit ich weiß, wo ich hin muss. Okay. Gehen wir mal zurück. Oh. Bisschen heller hätte man es auch machen können. Na gut, jetzt sind wir mal wieder hier. Das ist nix. Hier ist auch nix. Hier im Wasser war, glaube ich, auch nichts. It's totally blocked up. You can't call the elevator. It must be stuck somewhere. Was war denn jetzt los? Ruhig dich mal. Schick, dass ich nervös bin. Hm. Was haben wir denn hier schönes? Nichts. rig, puh puh. Nix. El-elevator. Hallo? Was ist das denn? Oh! Oh! Hmmmm... Jo, das ist jetzt natürlich blöd. Da war ein Batsch. Ähm, Nodes. A hidden node. Ach so, das ist das. Secret node 1. Wo stehen denn hier irgendwo Nummern drauf? Three little kitties playing in the park. He said the first kitty, let's go home before it gets dark. The first two went on their merry way home. The third stayed playing all alone. Come here little child, come to me. The bushes whispered softly. They say curiosity killed the cat. My secret node 1. That brings me nischt. Was steht denn hier? Was steht denn hier? By a secret code. I guess no kitty will find that out. So, they will just have to take the stairs. Ah ja. This one was a good one. Very nice to kill. Easy to cut with my knife. Like to cut food. Na klasse. Also bring mir aber auch nix. Ich niedere den Code. Ich brauche Code. 9, 5, 3, 2, 7, 8, 2, 4. 8, 6, 5, 3. 1, 2, 3, 4. 9, 8, 7, 6. 5, 6, 8, 9. 2, 3, 5, 6. Ach, leg mich. Hmm. Hmm. There is a keyboard next to the elevator. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Now as I need to kill some kitties, I stuck in the elevator. Ja, das hatten wir schon, mein Freund. Das bringt mir nischt. Ich muss also irgendwas finden, was mich schlauer macht. Hehehehe. Hehehe. Ist leichter gesessen. Ey. Ruhig dich. Come down, buddy. Come down. So, was haben wir denn hier Schönes? Och, hätte ich das mal eher gewusst. Hätte ich auch auf sowas ein bisschen mehr geachtet. Oh nein. Hm. Die Angst hat gesiegt und ich bin lieber weggerannt als alles andere. Hm. Scheiß Wassergeräusch. Ich muss langsam mal aufs Klöchen. Für kleine große Tiger. Hm. Okay, hier ist nichts. Wir suchen einen hell leuchtenden weißen Zettel. Mit einer Nachricht drauf. Hier ist der Code für ihr. Ne, nicht für ihr. Für den Aufzug. Ey, ich hab da was leuchten gesehen. Leute. Leute. Die. Hm. Ein Fehlerhaft Alarm. Hm. Nichts gut. Die Tür war ein Quatsch. Ach, erzähl doch kein Quatsch. Okay. Aber die Musik ist auch ein bisschen verstörend momentan. Danke. Vielen hässlichen Dank. Och Mann, wo soll ich denn das Ding finden? Das ist doch unfair. Ja. Das ist überhaupt nicht nett. Ich hab's denn hier oben. Die Tür war ein Quatsch. 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 Immer dasselbe bei den Spielen. The Lock ist jammed. Can't open it. Die Tür war ein Quatsch. Und hier kommen wir. und unten ist abgesperrt. Das heißt, wir müssen wieder hier rüber. Und bis ich das dann irgendwann wieder hier finde, wo ich hin muss, sind schon wieder fünf Folgen vergangen. Mindestens. Nur der One Batch. Ich habe immer noch Angst hier drin. Ich habe immer noch Angst, das Spiel zu gespielen. Was ich normalerweise bei Horrorspielen eigentlich weniger habe. Da finde ich es dann eher amüsant, wenn ich mich erschrecke. Aber hier bei dem Spiel ist es echt böse, muss ich sagen. Ach komm, speichern wir mal. Dann speichern wir mal vorsichtshalber. Man weh es ja nie. Eins ist das Messer. Eins ist das Messer. Der Eins ist das Messer. Der Eins ist das Messer. Die Little Kitties, das hatten wir auch schon. Lava kein Scheiß. Was haben wir denn hier drin? Okay, hier ist schön. Waren wir hier nicht? Opsa. Ne, hier waren wir noch nicht. Beziehungsweise hier waren wir schon. Nur jetzt noch nicht, wo ich auf Nachrichten achte. Wieder war ein Batsch. Oh Mann, Spiel, du regst mich jetzt schon wieder auf. Ah, okay, hier waren wir drin. Oh, und hier gibt es ja nur den. Na gut. Ey, Stuhl. Mach dich nicht so breit. Hm. Hey, ich will wieder nach oben. Hallo, kann ich auch wieder nach oben, bitte? Danke. Hm, scheiße. Ich will wieder nach oben. Hm. 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 Ah, what the. They weren't here before! Are you kidding me? Kidding, kidding, kidding! They don't want you a bitch! Scheiße! Und jetzt nochmal hin? Nein! Ich hab mich versaufen! Gut! Was leuchten die Schuhe denn bitte so? Heeeeee... Hallo! Kann man nicht einfach hier runderspringen und gut ist? Da haben wir alles in uns! Ahhhh... Ich glaube... Oh! Das für eine hübsche Tür ist mir gar nicht aufgefallen! Ach, hier bin ich wieder! Ahhhh... Oh, Musik! Hör auf! Das ist eine böse Musik! Ganz, ganz böse! Gut, jetzt sind wir wieder hier! Okay! Ich glaube nämlich... ...den Trick rausgefunden zu haben! Dazu muss ich nochmal in die Notes! Okay... Huch! Hä? Drei! Hm... Nochmal kurz gucken... Okay... Three little kitties... Drei! Say the first kitty... Eins... The first... Drei... Eins, eins, zwei... Drei... Und Hm... Kann doch nicht sein Ich hoffe, ihr habt Zeit Nein, Quatsch Es muss ja irgendwas hier geben Vier Dauernd Patsch Irgendeinen Hinweis Muss es ja hier irgendwo geben Stop Do not enter Hm Was willst du, Schachtel? Nicht Hm Sag mal, Leute Was habe ich da übersehen? Oh Mamu Das Spiel ist doch gemein Ganz, ganz, ganz gemein Das Tordel geplockt ab Ja, das wollte ich doch gar nicht anklicken Mann, ich wollte gucken, ob hier irgendwas ist Aber sieht mir nicht danach aus Hm Hm Was gibt's da nicht? Scheiße Hier gibt's ja auch nix Hier machen wir ja auch schon Und ich hätte, die Türen würden alle aufgehen Wenn ich das Rätsel hier rausfinde Aber irgendwie Mag mich das Rätsel nicht Überhaupt nicht Hm Hm Entweder bin ich zu blöd Oder es ist wirklich nicht gerade einfach Das war doch Theorie, die einfach Kaputt machen können Nein Spiele und Logik ist ja nichts Hm Na gut, dann beende ich den Part erst mal hier Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part auch wieder mit dabei seid Bis dahin und tschüss 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 Tschüss